Sie haben die Zeitung noch nicht gelesen. Seite für Seite. Die wollen nicht in Jerusalem vor Gericht stippeln? Isn't it incredible that D. Hannah Arendt is offering to report for us? She should be begging to write for the New Yorker. Musst du dir das wirklich antun? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde. Zu Hannah, in honor of her trip to Jerusalem. Meine Hannah. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Das sind doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Hannah, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker. Da waren sie jüdische Liedern, und diese Liederschaft cooperierte mit den Nazis. Sie haben unsere Hände für das. In den Daily News gab es folgende Schlagzeile. Hannah Arendt b. Saar, Defense of Eichmann. Sie denken, deine Artikel sind großartig. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. Die größte Eichmann in der Welt ist der Eichmann verletzt von niemandem. Sie haben wirklich keine Idee, dass es so eine furchtbare Reaktion wäre? Die Zeit zu verstehen ist nicht die gleiche als Verabschung. Diesmal bist du zu weit gegangen. Es ist dieses Phänomenon, das ich nennen, als Anunci für Eichmann von Evil. Es ist die Gleich supernatural- und schrecklich. Untertitelung des ZDF, 2020